Kann mir mal einer sagen, was NPC bedeuten soll? Nee, welche Sprache ist denn das? Herr Gott, Siebille, das ist Deutsch. Deutsch? Das klang ja abenteuerlich. Die Jugendsprache war das. Ganz genau. Jetzt passt mal auf, in meiner Klasse heute unterhalten sich die Schüler. Nils, so Valentin, digger Junge, du bist so ein NPC. Jonathan dann? Oha, darf er so? Nils, normal, du weißt doch, ich rede immer auf Lok so. Der Bruder versteht das. Jonathan sagt? Goofy. Schrecklich. Und wie soll ich da jetzt irgendwas verstehen von dem Gefahrsinn? Ja, das ist nicht einfach. Das ist ja ein Ding, ich verstehe kein Wort. Also da merkst du einfach, wir werden alt. Ja, aber sowas von. Ich glaube, ich brauche Botox. Ich fühle mich wie ein Dinosaurier. Ihr verfeinregeligt, da kannst du nix beschönigen. Entschuldigung, Herr Brach, ich soll für die Klasse fragen, weil es so kalt ist, ob wir gleich in Sachunterricht vielleicht eher auf Lok einen Film gucken können, anstatt in den Schulgarten zu gehen. Ich? Was? Ich denke nicht. Side Eye. Gibt's noch Kaffer? Ich bin